Gourmand Gourmand in einer für ihn ganz undankbaren Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Daraus was zu machen, das ist schwierig, vor allem wenn die Verteidiger so gut aufpassen wie hier. Aubameyang! Aubameyang! Und so macht sie! Na klar, jetzt gehen sie mit. Der nur ungern den Kürzeren zieht, aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Sanchez! In die Gasse! Den hat er! Aubameyang spielt den Ball nach hinten, um neu aufzubauen. Und jetzt zieht er! Er trifft! Aubameyang! Kleinen Rausch! Einfach unhaltbar! Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment! Jetzt schon ein einigermaßen bequemes Pulster. Sie haben durch das zweite Tor zusätzlich an Dominanz und Selbstvertrauen gewonnen. Jetzt müssen sie das Ding nur noch nach Hause fahren, indem sie entweder... Es kam! Na, da pocht das Herz tief in der Hose. ...und nach Hause fahren, indem sie entweder... Es kam! Na, da pocht das Herz tief in der Hose. Da hat er mitgerackert nach hinten, hat den Ball erobert, aber am Ende hat er zu wenig draus gemacht. Das ist Cristiano Ronaldo. Und nun Aubameyang! Er trifft ihn! Und sie setzen noch eins drauf! Dortmund bekommt tatsächlich die Ecke. Abgewehrt. Das könnte was werden! Jetzt der Schuss! Ein Flach schießt ihn aufs Tor! Einfach weg mit dem Ding! Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Bira ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Das ist sehr anständiges Pressigfall. Ballberg! Toll gelöst! Ballberg! Klares Foul an ihn! Van Dijk! Und die Kontergelegenheit! Begovic! Haut ihn weg! Dortmund! Ist direkt wieder im Ballbesitz! Jedwett! Wirra! Schönes Ding! Jetzt verbringt das Ding! Super! Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1 zu 0. Der Tupac einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Christiano Rummer. Wer ist kam? Pfosten! Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Christiano Rummer. Wer ist kam? Pfosten! Die Gefahr ist erstmal vorbei. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Nimmt den Ball Wolle. Viel zu weit. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Gut dazwischen gegangen. Genau das war nötig. Aubameyang. Nett wird. Schlauer Pass. Das sieht gut aus. Er versucht's. Treffer versenkt. Dissert. 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 Dissert.